Hast du schon mal von der Idee der besten Version von dir gehört? Wenn man sich ein wenig in dem Bereich der Persönlichkeitsarbeit herumtreibt, dann hört man relativ schnell sowas wie drei Schritte, wie du zur besten Version von dir wirst. Und Leute lieben es, irgendwo Zahlen zu hören oder zu lesen. Das klingt dann immer so didaktisch. Und dann auch noch die beste Version. Nicht eine gute Version, sondern die beste. Und alle sind dann immer so, boah krass, ich will auch die beste Version von mir sein. Und ich werde dir jetzt mal ein Geheimnis verraten. Menschen, die sowas von sich geben, haben wirklich nicht verstanden, was sie da eigentlich sagen. Sondern plappern einfach vor sich hin, weil sich die Wörter halt schön anhören und du dich auch noch gut dabei fühlst. Ist das nicht so? Dieses ganze Gerede von der besten Version von dir ist Bullshit. Und das ist auch zum Glück so. Ich werde dir jetzt sagen, warum das so ist. Bom, bom, blub. Die beste Version von dir ist nur eine Idee. Ein Konzept, was dazu dient, dir ein gutes Gefühl zu geben, weil es sich schön anhört von der besten Version von dir zu sprechen. Und der Punkt ist, dass es immer einen Asiaten gibt, der sowieso besser ist als du. Nein, jetzt mal ernsthaft. Du bist zu jeder Zeit so, wie du bist. Und wenn du dich veränderst, bist du immer noch so, wie du bist. Denn so wie du bist, bist du, weil du ganz bestimmte Erfahrungen gemacht hast. Und wenn du jetzt neue Erfahrungen machst, die dich quasi aktualisieren und verändern, dann bist du immer noch so, wie du eben bist. Weil du aus den ganz bestimmten Erfahrungen nichts anders hättest sein können. Du kannst zu jeder Zeit nur das sein, was du eben bist. Das heißt aber auch, dass du zu jeder Zeit die beste Version von dir bist, weil du eben so bist, wie du sein kannst. Veränderst du dich durch neue Erfahrungen, bist du immer noch die beste Version von dir, weil du die einzige Version bist, die du sein kannst. Da gibt es keine schlechtere oder bessere Version von dir, die du irgendwann sein wirst. Du bist immer nur das, was du eben bist. Aber schauen wir uns doch erstmal an, was hinter der Idee der besten Version steckt. Die Idee nennt drei Hauptpunkte. Erstens, dich auf deine Leidenschaften und Stärken zu fokussieren und diese auszubauen, statt tausend sehen gleichzeitig zu machen und dich mit irgendwelchen unnützigen Sachen zu beschäftigen. Zweitens, dein Leben nicht mehr von Angst bestimmen zu lassen, weil dich Angst am Leben selbst hindert. Und drittens, authentisch sein, dich nicht zu verbiegen und es allen recht machen zu wollen. Wenn du diese Eigenschaften hast, dann bist du die beste Version von dir. Fokussiert sein, seine Neurosen abbauen und einfach man selbst sein. So einfach kann das Ganze sein. Jetzt ist es aber so, dass wenn jemand unfokussiert ist, sich von allem möglichen ablenken lässt, voller Neurosen und Ängste und es auch ziemlich vielen Leuten recht machen möchte und auch nicht immer authentisch sein kann, dann ist dieser jemand so, weil er basierend aus seinen Erfahrungen bis zu dieser Zeit nicht anders sein kann. Und ich meine, was soll das überhaupt sein? Mann selbst sein. Das klingt so, als könnte man in einer Situation nicht man selbst sein. Man ist aber immer man selbst, egal ob neurotisches Verhalten oder nicht. Nur weil du glaubst, dass das neurotische Verhalten nicht du ist, weil du es nicht gerne in deinem Selbstkonzept siehst, ist es trotzdem du. Und wenn du dann sowas sagst wie, tut mir leid, ich war nicht ich selbst. Doch, du warst du selbst. Nur weil du das Gefühl hast, als sei es nicht so, weil es nicht mit dem Bild von dir korrespondiert, was du von dir hast. Du bist zu jeder Zeit die einzige und allerbeste Version von dir. Immer. Wenn du es schaffst, die drei Punkte in dein Selbstkonzept zu integrieren, dann passiert das, weil du die Erfahrung der drei Punkte gemacht hast, die du vorher noch nicht hattest und du dann auf einmal neue Handlungsmöglichkeiten hast. Das heißt jetzt aber nicht, dass du zu einer besten Version von dir wirst. Du kannst keine Idee sein. Die Idee verändert dein Verhaltensmuster. Vielleicht. Aber dann bist du immer noch so, wie du eben bist. Wenn du das verstanden hast, dann kannst du aufhören, irgendeine beste Version von dir sein zu wollen. Denn solange du etwas sein möchtest, kannst du es auch nicht sein. Freunde, lasst euch nicht blenden von irgendwelchen Wortspielereien. Leute lieben es, schön klingende Sätze zu formulieren. Und Leute lieben es, schön klingende Sätze zu hören. Man fühlt sich halt gut dabei. Aber mehr als schön ist es oft dann auch nicht. Also, ich hoffe, es hat klick gemacht. Vergesst nicht, mir einen Daumen dazulassen und mich zu abonnieren, falls ihr das noch nicht habt. Fühlt euch gedrückt und wir sehen uns bald wieder. Ciao. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.